Herzlich Willkommen auf mein Neues, Marcel, Duffes, das ist mein Son of the Forest, ihr seht da unten, hier unten, direkt hier, The Forest 2, also Son of the Forest, und sagen wir, Daten, gleich rein in das Game, machen, geiles Abenteuer. Aufwachen Marcel, hm, ah, was, ah, also wir sind da, ah, ok, ah, scheiß Gewitter, ah, sind ja die anderen aus unserem Squad, ah, und Carl, nee, weißt du, Fishway, Kelvin, ah, alles gut, ah, hm, Ok, wir müssen die Leute hier finden, ok, ah, ich will, wir landen ja gleich, ah, 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 halt Demons, Scheiße, wir werden beschossen, ah, scheiße, Kelvin, lass mich nicht allein, ah, 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 hallo, hallo, Fuck, 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 bum, hallo, nein, Kelvin, ich hoffe, es war Kelvin, oh, scheiße, 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 oh, oh, wir sind, oh, scheiße, meine Hätze, ja, Oh, ich glaub, ja, ich glaub, der, ich glaub, der ist draufgegangen, minimal, so, Kann ich doch was schicken, und jetzt eigentlich nichts drücken, Dritt drauf! Ah, runter, hopp, hopp, Schwimm, 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 doch! Hallo? Bin ich tot? Ich bin tot! Oh, vielleicht liegt das, weil ich gleich nicht tot bin. Hey, wer bist denn du? Hallo? Oh, wey! Ja, da steht Presse, ich bin die Presse, wer bist du? Oh, du, deine Mist, wie... Ja, der erinnert mich, uhren geht ja, geht ja, schlagst du auch mit dem Hammer, nicht so wie im normalen Haus, also, so. Jetzt im Wasser. Hey, hallo, hey, hallo, hallo? Da bist denn du? Calvin? Calvin, bist du's? Ja, Calvin, mein Freund, du bist es! Schön, dass du da bist. Hallo? Hallo? Ich glaub, der ist tot. Hallo? Hallo? Ich glaub, der hat, der hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Der ist komplett im Arsch, glaub ich. Ah, da ist er wieder! Ich glaub, der ist taub. Nichts. Folge mir. Genau. Einfach die Wand, einfach dagegen geklatscht, so. Hier, nimm, mach was du willst damit. Ja, ich weiß, wie das mit funktioniert. Gib mir öfters, ey. Okay, ich bin jetzt auch schon da, das ist schön. So, ax, 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 hier. Da, 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 da. Hallo? Oh, ich hab ein Minut schon. Da, 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 da. Hallo? Nee, 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 nee. Hallo, Köln-Wedden. Oh, Jus. Lut, 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 lut. Ich hänge da ein paar Kameraden von mir. Ja, da hängt er schon länger, hab ich das Gefühl. Demnicht. Zeig, doch nicht so. Da, 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 da. Da sind wir vorher, okay? Ja, ich hab verstanden, befinden die Teams, ja. Oh. Wir müssen jetzt langsam, in die Mittel, mittel, bisschen mehr rein, damit wir hier etwas finden. Aha! Da hängt er nicht. Da hängt er nicht. Da hängt er nicht gut. So. Kervin ist da. Kervin ist da. Ja. Oh. Was ist denn hier? Das ist eine verdammt gute Fläche. Das ist eine verdammt gute Fläche, eigentlich so ein Baum. Ah, das ist eine gute Fläche hier. Kervin. Angedreht hat. Du. Monsieur. Holst mir. Stämme. Fallen lassen. Hier. Verstanden? Das ist schön. Dann mach das mal. Jetzt erkunde ich hier mal, warum. Ach so, wo ich noch mehr bin. Wo mehr. Jetzt nicht ruhig irgendwo jetzt sogar in so einem Lagern stehen da hier. Oder warte ich mir mal was. Nein, keine Ahnung. Ich muss hängen hier ein paar Leute. Wie die Geräusche hier. Oh. Und wenigstens sie sie gut ist, 하러 ich bin ich gut. sondern fliegen noch steine steinchen stück 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 ich habe schlafplatz so jetzt weil ich mir denkt es wichtig wäre das da ist das da großes baumstammlager extra für kelvin folge mir holstöcke lassen damit er mal den stück in den arsch kriegt dass ich ihn bringen kann stimmt habe ich nicht mehr gehört genau so habe ich mir selbst genannt kann das sein sagt dass ich mich selbst kelvin dann bin ich so weit ist immer schon gekommen seht ihr ist im einkauf so 31 stück ja irgendwie sind wir in den kopf jetzt runtergekommen so sind hier fischi drin so hallo welchen kölsch glaubt ihr das ist nicht die beste entscheidung das zu fressen auch mehr steine das ist ja doch schon die wahlungen und die der stein ab warum nicht die fertige spiel was ist denn da bräuchte ich erst wieder zum plus nicht die und die steine bräuchte ich hier nebenbei brauche ich brauche noch spiel habe ich habe ich gut habe ich schwer es ist ja spiel wo man schluck den indisch herunter nächsten schlucken ich jetzt vor krankheiten lassen drei essen vorrat ich bin ein hallo das war's mit der folge, wir sehen uns bei nix wieder. Kevin, willst du noch was sagen? Nein, Kevin, scheiß auf Zuschauer. Kevin mag niemanden. Kevin will nur arbeiten. So nenne ich gute Arbeiter. Bis dann, tschau tschau.